hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play mini kraft ich bin ja gerade immer noch dabei ein paar dreppenstufen hier anzusetzen wahrscheinlich dann so und eine stufe drunter das schaut aus also das kann man so machen so 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 wie macht man das denn hier am schlausten am klügesten da wollte ich jetzt nicht runterspringen da wollte ich jetzt nicht runterspringen so andersrum was muss man noch mal die laterne die städte so ein bisschen im haus drin und im haus geht es gar nicht die laterne noch umbauen am besten hier an die wegsäulen wenn man jetzt hier guckt und hier die die häuser hochgehen da stehen die laterne im weg besonders die hier hier sind keine säule weil ich tut jetzt mal verkreisen die säule am besten mal umsetzen hier kommt stufe rein so dass man mit das auch und das das stein so das stein dann die fackel die tun wir dann auf die seite es wird also sogar passen 1 2 hier noch ein bisschen nach oben so ja man muss wirklich stehen und den wollblock wegpacken und das dann ein bisschen um strukturieren nämlich dann so hier so 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 naja versteht ihr wie ich das mein und hier oben die zwei stein dinge die kommen hier so drauf und die fackeln die kommen hier so ran dann daher den können wir auch weg machen da bringt sie gar nix irgendwie aber tiefer würde ich die die auch nicht machen kann man jetzt immer out of fischtenholz ist zumindest erstmal hier rein zack 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 immer noch ein bisschen mit dass er auch noch das passt ja super hier drauf zack 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 holen uns unten noch ein bisschen fischtenholz so zuerst mal die mauer auffüllen so guck mal guck mal mal ihr könnt ja auch überall noch häuser hin ne hier so hab ich da geplant guck mal von weit hin ja das ist das schatten später richtig cool aus guten tag äh fischtenholz hier beim 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 richtig viel fischtenholz wir brauchen das aber auch noch irgendwas was ich mitnehmen wollte stein haben hier oben lehm äh lehm 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 da ich mir so viel da naja hier so müssen wir uns dann mal ins lebium aufmachen oder ins konter gehen gehen wir mal ins lebium konter aber jetzt wollen wir noch ein leeres inventar haben können wir das eigentlich gleich machen eigentlich perfekt für für sofort perfekt für sofort super so genau und von uns das lebium konter und da geh ich jetzt mal hin und achtung aua äh tafelberg konter äh schwarz hellgrün morgens rot roter sand türkis gelb äh tut 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 hier ist gebrannter turn hier ist gebrannter turn gebrannter turn muss ich mir mal rausnehmen muss ich mir mal rausnehmen ja komm wenn wenn dann wenn dann hier ist gelb gelb ne gelb blau braucht man nicht hellblau ne ne das nicht rot ja kann man mal mitnehmen mal gucken wie das ausschaut äh hier magenta das schaut auch gut aus am besten auch mal mit wenn man es haben nochmal ein bisschen dunkelgrün mit tafelberg konter ich äh hier weiß nicht was ihr tauschgeschäft ne so hier auffüllen danke die äh die notwähner sagen leben bio äh leben hier tafelberg konter muss wieder aufgefüllt werden ne ich hoffe der der ruf ist äh rausgegangen äh und derjenige den das jetzt betrifft der hat das auch wahrgenommen dankeschön fällt mir gerade so auf wenn ich hier so unter den fahnen weg so rumstolzieren mit diesen feucht frechen lids das hier noch die fahne von äh erstens fast grad zweitens max fällt max fällt den führer ohne führer durch dort guck mal ja was er für ein betrieb ist hier und die schunke und die 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 Nanananananana Ja, Stadtfest hier Geschunkelt, was das Zeug hält Ja, vor Weitem hat das schon was Die Baustelle sich so aufbaut Was haben wir hier noch drin? Erde! Erde! Bro...du... Juhu, schön, schön, schön und hier ist noch stein drin aber den können wir den brauchen wir hier brauchen wir den so noch mal das erste hier die Sonne schon wieder unter die Sonne geht schon wieder unter guckt euch das an wieder mal nicht so viel geschafft aber in Rater sind wieder die Lichter an das heißt unten brennt auch Licht wir gehen schlafen bis morgen meine Freunde